Und auf Tag 2 folgt auch direkt das Fazit von Tag 3. Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet und wie zu erwarten eigentlich als Entwickler unter Linux eine durchaus bessere Experience als unter Windows. Liegt einfach daran, Unix bzw. Linux Systeme sind für Entwickler, vor allem für Webentwickler sowieso erstmal besser. Aus dem einfachen Grund, weil man halt auf einer ähnlichen Umgebung arbeitet, wie da, wo auch nachher der ganze Spaß läuft. Auf einem Ubuntu Server oder was weiß ich. Und ja generell, man kann halt besser mit der Konsole arbeiten, ich kann die Pakete besser nachinstallieren. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, unter Windows PHP installieren will, dann muss ich halt auf die Seite von PHP gehen, mir den Kram runterladen oder wieder irgendein Ding ins Runterladen. Ich habe unter Windows natürlich WSL benutzt, da habe ich auch meinen Paketmanager. Aber wie oft mir ein Docker for Desktop Update irgendwie mir da alles zerschossen hat und Volumes kaputt, also ne. Keine Ahnung, da habe ich jetzt hier nicht so viel Angst vor. Ich brauche halt nicht so ein halb emuliertes Windows System, irgendein Linux System. Ich kann halt direkt darauf arbeiten, überhaupt gar keine Probleme. Genau und ja, ich habe halt hauptsächlich Visual Studio benutzt oder bzw. Visual Studio Code. Heute ein paar Konferenzen gehabt mit Skype. Ich musste noch nicht meinen Bildschirm teilen, aber ich weiß leider und ich glaube, dass es auch immer noch so ist, dass ich unter Wayland kein Screensharing in Skype machen kann. Weil Microsoft einfach, weil sie nicht dödlich ist und da noch keinen Bock hatte, das mit den richtigen Flags irgendwie bereitzustellen. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht das auch einfach nicht. Da werde ich mich dann auch noch mit beschäftigen, wenn es soweit ist. Und genau, da schauen wir einfach mal. Ansonsten, alles was ich an Tools gebraucht habe, konnte ich easy benutzen. Ist jetzt auch keine große Überraschung. Es gab keine größeren Probleme. Ich habe viel mit Docker gearbeitet. Da gibt es dann, wenn ihr das unter Fedora benutzen wollt, die benutzen quasi nicht die offizielle Docker Engine, sondern die haben so ein Derivat, das nennt sich Mobi Engine. Das ist eigentlich, also es ist glaube ich, überlege ich gerade, ich glaube von den Features her, genau gleich auch von der Syntax und von der API her und so weiter. Hat aber ein anderes Lizenzmodell. Das heißt, es ist komplett kostenlos. Also man braucht jetzt nicht, auch wenn man ein Team, ein großes Team hat für die Firma oder so, braucht man jetzt nicht wie bei Docker da irgendwelche Lizenzen sich zu beschaffen. Weil ich meine, da hätte sich ja, da gab es letztens irgendwelche Sachen, wo jetzt Docker die Monetarisierung ändern will und bei besonders großen Teams oder so irgendwie dann Kohle dafür nehmen will, wenn man Docker vor Desktop oder so benutzen will. Ich möchte mich noch mal nachschauen. Genau, nee, aber wie gesagt, da macht man einfach ein sudo dnf install, Mobi minus engine, Leerzeichen, Docker Compose. Startet das ganze Ding mit Systems CTL und macht einen Autostart rein, fertig. Auch kein Problem. Genau, ansonsten, Drucker werde ich mir jetzt am nächsten Tag nochmal angucken, weil da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob unser Netzwerkdrucker einwandfrei funktioniert. Genau, als Datenbank-Client benutze ich übrigens, also ich hatte unter Windows immer Heidi SQL benutzt. Der ist ganz cool, hat jetzt aber als Alternative hier, das kann ich mal kurz zeigen, da sind keine wichtigen Daten drin. D-Beaver oder D-Beaver, 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 weil das Logo ist halt ein Hamster oder ein Biber, kein Hamster. Genau, und der kann auch alles, ja, also der kann auf MS SQL zugreifen, auf SQLite, auf MySQL, auf MariaDB, auf PostgreSQL. Ganz all-in-one-teil. Sehr schön, funktioniert wunderbar, da habe ich bis jetzt gar keine Probleme mit und ich mag es an manchen Stellen sogar mehr als Heidi SQL. Genau. Ja, ansonsten, gibt es nicht viel zu sagen. Kurzes Video heute, was ja auch mal ganz schön ist. Und ja, wie gesagt, dann hören wir uns morgen. Eingehauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020